Nächster abschnitt und ist deine sauftour vorbei glowbox alles gut jetzt wieder gut sag ja fast ein kumpel nicht okay geht's wieder gut alles gleich haben gerade angefasst dann geht's immer gut wenn ich noch ein paar meter ich hier wieder so einen skarabäus der ist wahrscheinlich hier irgendwo da unten hat man kurz habe ich vorhin im letzten moment scheiße ich habe ein käfig verpasst ich habe ein käfig verpasst nein nein ich habe ein käfig verpasst im letzten part gott ich bin so blöd diese käfige sind wichtig weil wir sonst ja gut anders als man den spielfortschritt ein bisschen schwerer verdammt das ärgert mich jetzt früher ist kinderlich bei sowas das spiel komplett neu gestartet nochmann ich sehe auch so viel ne na 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 ne na 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 braucht ja ne na 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 giust ist gar beurs kommt nach geräusche uns grunds grunds es ist ähnlich so hier hat es doch gequitscht oder für mich oder auch nicht daneben nicht ach man habe ich echt den käfig übersehen aber ich habe doch irgendwie oder gab es bestimmt zwei türen die eine tür hatte diese spardosen die andere hat den käfig man aber egal ist ein käfig man kann auch mit ohne käfige leben aber es macht das spiel hat dann etwas schwieriger naja gut aber das spiel sowieso recht simpel und leicht und ja aber wo ist denn das eigentlich wo ist dieser ist er da unten das sieht mir verdächtig aus nicht ist er nicht da ich habe es gerade gehört zu rechter kopfhörer hier oben oder bist du hier oben sie irgendwo so ruhig hier naja gut egal muss jetzt auch nicht sammeln das ne nur 200 punkte wenn ich kein bock kopf so lassen ok jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie aktiviert diese leute die nächste bitte hier hier ist was zum saufen globos holst dir hier hat er diese suppe ok da leben noch welche da komme ich so schnell ran weil wir dort hier beschossen werden naja hier hoch aha da ist etwas aber wir brauchen was rotes um es aufzubrechen nicht abhauen so feigling aber wahrscheinlich hat dieser typ da mit dem dollar zeichen das rote angriff überfall ihr werdet alle sterben durch meine hand ich muss los das gas ausdrehen ich muss los das gas ausdrehen ah ja und das ist hier so ein kristall ja der gibt 1000 punkte ja genau so ein grüner kristall den haben wir noch gar nicht gesehen weil ich so blöd bin bestimmt haben wir den so gab es den so zwei dreimal oder so bis dahin aber ich habe natürlich jetzt dann nur den hier gefunden ok ok gut oh nein der alte säufer hier ja so geht es mir auch immer so geht es mir jeden freitag jeden fall da geht es mir so ich kann nicht gut nachvollziehen ich kann nicht so verstehen global jeden freitag fliege ich auch immer nach hause ja wenn ich von von der disco heimkomme ja wer kennt das nicht wer kennt das nicht ach du heiliger wo sind wir denn jetzt hier ok wasserfall gesetzt ist hier was hinter dem wasserfall nein hier ist nichts hinter dem wasserfall alles leer nur ein paar aber das ist ein großes gebiet hier das muss man schon sagen da hinten ist wieder so ein käfig hier ist eine spardose hier ist eine spardose so wasserfall gesetzt nein ok ok ach der geht es hoch ja gut der pfeil sagt hier geht es weiter alles klar hoch was war denn da ich habe gerade etwas aufkloppen irgendwas was man Moment schauen wir uns mal hier auch kurz auf hier ist hier irgendwas achso wahrscheinlich war dieses symbol gerade eben diese spardose da die ich hätte angreifen können aber ich muss hier sowieso hoch ne so funktioniert das nicht wahrscheinlich muss ich da ganz hoch gehen und dann rüber fliegen ja ich hilfe ich höre ich auch so mal gucken hier erstmal das da das ist nämlich das wichtigste die leute da hinten sind mir eigentlich egal ich will halt nur achja wenn das ding hier voll ist der kreis dann kriegen wir mehr leben nur so als hinweis ja dann mach mal ganz wichtiger termin Joghurt aufessen so jetzt haben wir so ein klammerding damit können wir uns klammern das ist genauso sinnlos wie das handbuch aber gut so und wir können auch Gegner schocken damit ähm ja das gibts dazu noch zu sagen genau hier das ist der Schockmove achja hui das ist eine der ikonischsten Stellen dieses Spiels einfach dieses haken ja ja vielleicht soll ich mal mit absicht da runter springen einfach dass ich hier auch das hier sammeln einsammeln vielleicht gibts ja auch irgendwelche käfige die wir uns noch holen können ne ne aber sonst gibts hier glaub ich nichts mehr oder wa er braucht mal ne 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 ok da gab es nur diese eine spardose mehr gab es da nicht ne ich scheiße Kleistungen bis viele unsere Was ist da drüben? Ach, da gibt es ja auch noch was. Aha. Ich habe fast übersehen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Dieses Viech da. Wahrscheinlich gibt es auch Punkte, aber egal. Nachher übrigens ist die Fähigkeit, die blaue, diese Hakenfähigkeit ist die Fähigkeit, wo am längsten andauert. Na, servus. Du siehst ja gut aus. Alles klar bei dir? Jo, Wax. Hallo. Ja, ich glaube, ihm geht es gut. Ja, ihm geht es wunderbar. Na, alles klar. Er ist noch breiter, ist ein Türsteher. Na gut. Alles klar, jetzt ist er wieder normal. So schnell kann es gehen. Er hat sich ausgenüchtert. Die Robots, da ist böse Musik. Musstest du nicht eigentlich wegrennen? Äh, du wirst beschossen, Dude. Hinter dir steht jemand. Ich dachte, er hat so viel Angst vor diesen Gegner. Und jetzt lässt er sich abschießen. Okay, loben. Wir machen das gleich gemeinsam. Stirb, Globox. Ach, jetzt habe ich hier gerade Minus bekommen. Achso, er hat mich getroffen. Ich bin einfach getroffen. Exzellent. Exzellentos. Exzellentos. So, auch ganz so viele Dosen. Gunst, 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 Gunst. Gunst, 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 Gunst. Einfach hier die Punkte mitnehmen. Ach, böse Musik. Da ist noch jemand am Leben. Wo bist du? Ach, da drin. Servus, Leute. Darf ich eure Party stören? Ja, das ist nett. Danke. Okay, oben ist ein Käfig. Nicht übersehen. Da. Los, Holz hacken. Holz hacken, ne? Dann hack mal das Holz. Muss ich auch in meinen Kopf, etwas. Okay, da oben ist jemand. Wie können wir jetzt One-hitten, weil wir eben diesen Powerangriff haben? Alles klar, äh... Ich sollte es hier auch nutzen, um mich umzusehen. Ja, gut. Nein, ist hier was? Nein. Das war knapp. Bra, 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 blei! Aha, ein roter Kristall. Pflaumensaft. Ja, die Kommentare sind auch lustig. Ach, ja. Oh, was für ein Spielverderber. Genieße deine Umgebung. Atme durch. Die Natur riecht so gut. Wenn ich hier durchatme, bin ich tot. Man müsste echt mal alle Kommentare einfach so zusammenschneiden. Ach, das wäre Komödie. Okay, was haben wir da? Eine Pflaume. Ach, carry the plump. Ja, komm, carry the plump. Do it. Und wie immer die Musik ausklingt, wenn man das erledigt hat mit der Pflaume. Ach, ja. Ach, ja. Gut, ist hier noch was? Irgendwie Hilfe oder so? Hier ist keine Hilfe. Okay, hier braucht niemand Hilfe. Alles klar. Außer Globox braucht hier keiner Hilfe. 56 nur. Mann. Da gebe ich mir so viel Mühe und dann... Na gut, das sind die ganzen Scarabene, die ich übersehe. Dann gehen wir...